Das Prüfmodul Zähler enthält mehrere Ansichten. Die Prüfungsansicht besteht aus zwei Registern, in denen Sie die Einstellungen und die Prüfpunkte definieren können. Beginnend mit dem Register Einstellungen legen wir zuerst die allgemeinen Bedingungen fest. Das Dropdown-Menü ermöglicht es, die Werte entweder auf Primär oder Sekundär einzustellen, wobei die im Prüfobjekt eingetragenen Stromwandler- und Spannungswandler-Übersetzungsverhältnisse verwendet werden. Die Zeitsequenz einer Zählerprüfung beginnt mit der Aufwärmzeit, in der die Nennspannungen ausgegeben werden. Als nächstes startet die Anlaufzeit. Während dieser Zeit werden alle Prüfparameter ausgegeben, jedoch ohne dass Zählerimpulse aufgenommen werden. Bedenken Sie, dass diese Zeit nicht kleiner eingestellt werden kann als die Einschwingzeit im Prüfobjekt. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass sich der Zähler stabilisiert, bevor eine Messung begonnen wird. Nach der Anlaufzeit wird die Zeitmessung für den getesteten Zähler gestartet. Für unser Beispiel können wir die voreingestellten Werte beibehalten. Geben Sie die Umgebungstemperatur und die relative Feuchte ein. Diese Werte erscheinen dann im Prüfprotokoll. Wir wollen die exportierte Wirkleistung messen. Diese Option ist bereits im Feld Messgröße ausgewählt, während die übrigen Optionen ausgegraut sind. Falls ein multifunktionaler Zähler im Prüfobjekt ausgewählt wurde, müssen Sie alle Größen, die gemessen werden sollen, hier auswählen. Wie bereits im vorhergehenden Video erwähnt, werden wir das CMC als Referenz verwenden. Sie können allerdings auch einen externen Referenzzähler als Referenz einsetzen. Die Genauigkeit dieses Referenzzählers wird dann als Referenzgenauigkeit für die Fehlerberechnung verwendet. Die Referenzzählerdaten einschließlich der Referenzzählerkonstanten müssen angegeben werden. Diese Daten können aktualisiert, importiert oder für den späteren Gebrauch exportiert werden. Das Register Prüfung enthält Informationen über die zu testenden Prüfpunkte. Für verschiedene Anwendungen stehen Ihnen unterschiedliche Prüfmodi zur Verfügung. In diesem Beispiel führen wir eine Lastprüfung durch. Das CMC gibt eine festgelegte Energiemenge aus, bei der der Zähler die festgelegte Anzahl an Impulsen zurückgeben muss. Mit dieser Prüfung können wir die Genauigkeit des Zählers unter normalen Bedingungen feststellen. In der Hilfe finden Sie eine Erklärung der anderen Prüfmodi. In dieser Prüfung werden wir einen rein sinusförmigen Strom ausgeben. Um das Verhalten von Zählern bei harmonischen oder DC-Komponenten zu prüfen, sind die entsprechenden Signalformen verfügbar. Für ein symmetrisches Dreiphasensystem können Sie die Werte für Spannung, Strom, Leistungswinkel und Frequenz eingeben. Beachten Sie, dass der Leistungswinkel auf 0 gesetzt wurde, da wir die Wirkleistung gemäß unserer Definition im Prüfobjekt prüfen werden. In der Detailansicht können die Parameter unabhängig voneinander für jede Phase eingegeben werden. Schein- und Wirkleistungen werden für jede Phase sowie für das komplette Dreiphasensystem angezeigt. Die Prüfgrößen Spannung, Strom und Leistung werden in der Vektoransicht grafisch dargestellt. Nun müssen Sie nur noch die eigentliche Prüfung definieren, indem Sie einen der Nennwerte, also Gesamtzahl der Impulse, Energie oder Prüfzeit eingeben. Wir tragen zum Beispiel fünf Impulse ein. Energie und Zeit werden automatisch daraus berechnet. Die Toleranz ist standardmäßig die im Prüfobjekt eingetragene Klasse. Die Anzahl der Durchläufe legt fest, wie oft die in der Prüftabelle ausgewählte Zeile ausgeführt wird. Wenn Sie das Prüfung-Stoppen-Kontrollkästchen auswählen, wird die Prüfung vor der Ausführung dieser Zeile unterbrochen. Klicken Sie auf Trigger definieren, um die Nachricht festzulegen, die während der Unterbrechung angezeigt wird. Sie müssen außerdem die Triggerbedingung festlegen, bei der die Prüfung fortgesetzt wird. Als Triggerbedingung können Sie Tastendruck, Binäreingang oder eine Kombination aus beidem auswählen. Starten Sie nun die Prüfung und kontrollieren Sie die Ergebnisse. Die Prüfzeile wurde als Bestanden bewertet. Dies erkennen Sie an dem grünen Symbol. Die Ergebnisse der automatischen Prüfung werden im Prüfprotokoll zusammengefasst.